I-Them von Lerado Ceramica ist eine beeindruckende Kollektion mit einem umfassenden Farbsortiment, die für große öffentliche und private Projekte im Wohn- und Gewerbebereich bestimmt ist. Platten aus durchgefärbtem Feinsteinzeug in grauen und braunen Farbtönen innerhalb einer Farbskala, die von sanften und hellen Tönen stufenweise bis zu den dunkleren Farben reicht. Eine Palette von zwölf modernen Basic-Farben, dezent und natürlich für die Planungsanforderungen der großen Architektur. Die Extragröße 120 x 120 cm, die für große Flächen gedacht ist, kann auf modulare Weise mit den Untervermarken 60 x 120, 60 x 60 und 30 x 60 cm abgestimmt werden. Vorgesehen sind drei Oberflächenbearbeitungen, Natur, poliert, mit leicht gewählter Oberfläche und gehämmert für Bodenbeläge im Außenbereich. Mosaike mit kleinen Steinen und dreidimensionaler Einlegemosaike mit großen Steinen für raffinierte Oberflächenlösungen, von dezenten Lösungen bis zu Lösungen, die durch einen besonderen Charakter geprägt sind. Die Platten 30 x 120 cm hingegen, mit ihrer raffinierten und neuen Designstruktur, die an zerknülltes Papier erinnern, verleihen den Oberflächen Bewegung, vibrierende Effekte im Licht mit hellen und dunklen Farbspielen. Deine